Beatrice Egli gesteht in einem Interview mit Barbara Schöneberger, dass sie einen Heiratsantrag bekommen hat und heraufhin einfach abgehauen ist. Beatrice Egli, sie hat schon mal einen Heiratsantrag bekommen. Diesen Moment möchte sie wirklich kein zweites Mal erleben. Und Beatrice Egli, 35, Balance, ist auch kein bisschen stolz auf ihre ungeplante Aktion. Denn der Schlagersängerin fällt es ungemein schwer, jemanden zu enttäuschen. Erst jetzt kam heraus, welches Geständnis sie Barbara Schöneberger, 49, in der NDR Talkshow gemacht hat. Kaum hat die Moderatorin sie mit der Aussage konfrontiert. Du hast ja einen Heiratsantrag gekriegt und hast, ja, gesagt, gesteht sie auch schon verlegen. Man kann ja auch nicht, nein, sagen. Daraufhin meint Barbara scherzhaft, dass man am nächsten Morgen nach dem Antrag auch einfach abhauen könnte. In diesem Augenblick gibt Beatrice überraschend zu, dass sie das tatsächlich getan habe. Beatrice Egli, ihm wird es auch gut gehen ohne mich. Vorausgegangen ist wohl die Kuppelaktion einer übereifrigen Mama in Palermo. Von der sie die neue Frau Redakteurin Daniela Kerscher bereits erzählt hat. Beatrice verriet. Ja, es hat halt nicht gefunkt. Er war auch nicht so von der Idee seiner Mutter begeistert. Wir haben es beide mit Humor genommen. Ihm wird es auch gut gehen ohne mich. Ich hatte einen wunderschönen Abend mit der ganzen Familie. Ich liebe dieses südländische Leben, wie man einfach dazu gehört. Wir schauen bei uns. Hurrausgegangen ist offen, wie man sich haltet. Untertitelung des ZDF, 2020